vor ziemlich genau zwei tagen habe ich das auto abgestellt mit 418 km reichweite und jetzt sehe ich 416 km reichweite das heißt der hat pro tag nur ein kilometer verloren das finde ich schon sehr sehr wenig das war bei meinem tesla model s früher eher so vier bis sechs kilometer pro tag